hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen reaction video auf dem kanal und heute guckt ihr jetzt mit mir die neue tpop gruppe an ich habe vorhin schon die mv abgecheckt von atlas mit dem lied mayday und jetzt gucke ich mir die performance an bin daher sehr gespannt weil die hatten schon choreografie gezeigt aber ich bin jetzt auf die ganze performance gespannt die sind echt talentiert sie können echt super tanzen und die stimmen waren auch richtig gut das lied war echt lit bin gespannt wie das ist fangen wir mal an atlas mayday mayday okay ihr könnt schon sehen die können echt gut tanzen wie von einer stelle zu anderen rennen so richtig gut wow so viel zuschauer wow aber ihr könnt echt sehen wie talentiert die ballgruppe ist ich kann synchron tanzen ich kann synchron tanzen ich hab's echt drauf Oh. Oh. Wow. Das war richtig cool. Die haben wie klasse Choreografie. Oh mein Gott. Die sind echt cool. Fire. Fire. Mayday. Oh mein Gott. Also die werden sicher noch erfolgreich. Die werden sicher noch groß. Ich bin so gespannt auf deren Zukunft. Mayday. Mayday. Und dann noch diesen Endposer. Richtig cool. Oh mein Gott. Habt ihr schon euren Vice gefunden? Schreibt es in die Kommentare. Richtig cool. Das war Atlas. Die neue Teapop Gruppe. Mit deren Performance zu Mayday Mayday. Cool. Schreibt gerne eure Meinung mal drunter. Wird mich sehr interessieren. falls ihr mehr Vorschläge habt. Könnt ihr euch auch gerne runter die Kommentare schreiben. Vergiss nicht zu liken, falls euch das Video gefallen hat. Und zu abonnieren für mehr Teapop Content. Dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe. Stay healthy. Und bis zum nächsten Video. Bye Bye.